Die Unbelehrbaren sind, die nichts mehr zu essen bekommen. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Die Medici noch würden deinen Einfluss in dieser Zeit. Ihr müsst hier nicht sein. Geh! Ich war mit dem Propheten von Naturgerissen. Dann sah ich das übel. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Waren Führer anerkennen. Und nun ist er. Weg weg. Geh! 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 Je t'ai! Geh! 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 Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Sabonarola als Führer anerkennen. Wie die Medien noch irgendeinen Einfluss in die Welt. Dann sah ich das Übel des Mammons, und die Spaltung, die er erzeugt. Incoming Message. Sabonarola, führe Sie sich in die Nähe der Brüder in Zeit, Leidheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer. Incoming Message. Letzte Momente. Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist, mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Haltet ihn auf! Stopp' auf! Es macht nicht so gut, Freunde. Ich denke, ich werde mit mir raus zu sein. Entschuldigung. Ich gehe von euch. Aber das noch nicht. Ich gehe von euch. Die König. Wenn du euch da rausfolist, bist du euch. Untertitelung des ZDF, 2020